Dieses zu erwerbende 5-Zimmer-Einfamilienhaus liegt im Rhein-Sieg-Kreis. Das Haus verfügt über drei Außenparkplätze. Es hat vier Schlafzimmer und ein Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1008 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 150 Quadratmetern. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 275.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Bis zum nächsten Mal.